jo leute was geht wir spielen heute eine kleine runde vom cooking simulator und ich bin gerade im ladebildschirm und ja ich habe das spiel schon ein paar mal gespielt aber nicht sonderlich oft also warten wir mal bis das fertig laden hat es dauert lang das dauert echt lang ist das anstrengend boah ist das blöd ja jetzt geht's ok also was könnte ich kochen immer mal die pfanne immer auf die herzplatte ich mache jetzt mal was ist das das ist dunkles herzenbier oh mein gott okay vielleicht konnte ich auch auf die platte tun also auf die hier weil ich das lieber auf die auf die auf die pfanne also in die pfanne aber zuerst schneide ich das ist ja gerade noch mal raus gehüpft so ich kann das nicht lesen aber schöne goenzula stückchen ich muss kurz noch etwas machen nein so so ist das schon fertig so fertig wieso sind da manche braun ich verstehe es nicht ich habe die doch alle relativ zugleich so was mache ich jetzt mit dem goenzula keine ahnung so was haben wir noch ein kabel ja ja junge das nehme ich voll lecker so das ist auf die platte mache ich so ich mache ich so chinesen essen wisst ihr so mit sojasauce und eigentlich eigentlich muss gar nicht angebraten werden die essen das sie bloß oder oder bin ich jetzt falsch der teller passt auch voll irgendwie so 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 eine eine dinge ein ja ich weiß nicht wie man das beschreibt da sojasauce so 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 noch mal ist nicht kabel der fisch ich verstehe gar nicht so jetzt noch oh mein gott ich habe eine voll gute idee der käse mixer ja so alles raus rein du rein tun und das noch so jetzt auf mixer das würde ich nicht gern trinken wenn ich mir aussuchen könnte ich würde sich nicht drin gern trinken so in den behälter darunter dann ein bisschen würstchen rein wo sind da die würstchen wurst genau genau so mit würstchen wahrscheinlich eh nicht so schlecht aber die würstchen war nicht einmal gebraten was ist das was kann man hier noch mal ein fass welles bier mit zehn litern und ein fass dunkles bier joe wieso steht da ein gas dank kann ich den nehmen ah ja ich bin ja noch gar nicht aufgefallen ich brauche eine pfanne ne neuer ne 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 wenn das jetzt geht oh mein gott boah alter ich habe gerade fast auf mein sessel geschmissen alter boah damit würde ich sagen würde ich das heute was nein damit würde ich sagen dass ich das heutige video beende bis zum nächsten mal tschau